dieses review starten wir tatsächlich einmal mit einer kleinen light show und damit herzlich willkommen bei ubi testet mit dem neuen peugeot 208 der kleine franzose mit den säbelzähnen ob er sie heute zeigt und wie er sie zeigt das klären wir heute wir schauen uns den wagen außen an wir schauen uns den wagen innen an wir machen ein fahrbericht und dann gibt es zum schluss ein fazit wenn ihr dran bleibt vergesst nicht den kanal zu abonnieren und das video zu liken wenn es euch gefallen hat und damit viel spaß mit dem peugeot 208 gt line heute steht er endlich hier der für mich geilste kleinwagen derzeit auf dem markt der neue peugeot 208 schaut ihn euch einfach an mir persönlich gefällt diese front unheimlich gut das neue markengesicht von peugeot mit diesem riesigen säbelzahn in led tagverlicht optik die drei leds hier im led scheinwerfer mit die wirken diese krallen des peugeot löwen der hier so seine spuren hinterlässt und auch natürlich für einen besonders dynamischen fast schon so ein bisschen aggressiven auftritt im rückspiegel des vordermannes sorgt die front ansonsten eher clean gehalten ein großer kühlergrill hier durch die gt line mit chrome applikationen innen dann der 208 schriftzug hier drinnen die front eher nach unten gezogen was dafür sorgt dass wir hier quasi einschlagsbereich für steine haben hier sind mehrere kleine steinschläge bei dem fahrzeug was 10.000 kilometer bereits runter hat natürlich auch hohen autobahnanteil hinter sich hat naja da sollte man sich dann was überlegen ob man da nicht vielleicht einen bra drüber zieht wie sie sich das nennt so einen haubenschutz die seitenlinie des peugeot 208 ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär wirkt aber auch das ein oder andere design highlight die gt line hat hier diese hochschwarz hochglanz lackierten rathausschalen wir haben 16 zoll räder hier drauf weil die winterreifen hier montiert sind für 16 zoll räder muss ich aber zugeben schaut das gar nicht mal so übel aus oder was denkt ihr denn schreibt mal in die kommentare ob man da jetzt unbedingt 17 oder 18 zöller bräuchte wir brauchen uns hier nicht fürchten vor zu kleinen fensterflächen denn peugeot hat hier tatsächlich wirklich große scheiben eingebaut die auch hier weit nach hinten laufen und sehr interessant persönlich finde ich das natürlich sehr schön als vater wenn dann der junior hinten drinnen sitzt und eine große fensterfläche zum rausschauen hat hier hat man nicht angefangen mit irgendwelchen design gags dass man das heck optisch noch mal nach hinten ja auslaufen lässt so coupé artig sondern hier hat man wirklich eine gerade linie durchgezogen weit hinten das glas ausgeholt eine schöne ausschnitt hier unten reingezimmert in die tür natürlich die gt line hat hier noch einen schriftzug bekommen und das heck ist dann wieder ein absolutes design highlight in meinen augen auch hier greift peugeot wieder auf dieses diese krallen optik zu die hier in die led rückfahrlichter integriert sind die dann auch noch optisch hier mit dieser schwarzen blende miteinander verbunden werden einziges kleines manko ja hier könnte man die spaltmaße auf alle fälle enger fertigen das würde ich mir wünschen dann schaut es einfach auch noch ein bisschen besser aus und ein tick wertiger großer flügel hier hinten bei der gt line dann einen lackierten unteren teil und zwei sichtbare endrohre stehen für die gt line hinter der heck klappe unseres franzosen verbirgt sich ein durchaus praktischer kofferraum 265 liter bis 1106 liter maximales laderaum volumen stehen uns hier bereit wir haben keinen doppelten laderaum boden wir haben auch eine durchaus etwas höhere ladekante wie wir sehen so kniehoch ungefähr leider der stoßfänger nicht geschützt vor kratzern dafür haben wir hier eine solide ladekante es geht dann doch ein paar zentimeter nach unten wie wir sehen die rückbank ist im verhältnis zwei drittel zu ein drittel umlegbar allerdings ergibt sich leider eine kleine stufe so dass wir dann wenn wir größere flächigere gegenstände einladen dann wird es ein bisschen schwierig ein kinderwagen passt ordentlich rein denn wir haben hier eine innenraum tiefe von 76 zentimetern genauso wie die bauraum höhe mit knapp über 70 zentimetern hier innen haben wir dann 101 zentimeter in den raum breite dann machen wir uns doch einmal auf der rücksitzbank im neuen peugeot 208 bequem der zustieg ist schon mal gar nicht so verkehrt wie schon erwähnt durch die großen tür ausschnitte hier hinten sitzt sich aber auch so ein bisschen wie so in der höhle finde ich persönlich das wirkt natürlich durch dieses schwarze interieur durch den schwarzen dach himmel wirkt es so ein bisschen ja sage ich jetzt einmal mal höhlen like die sitz polsterung hier unten ist wirklich gut die sitzbank ist eher tief montiert wir haben ausreichend kopffreiheit da passt eine gute faust dazwischen das passt kniefreiheit für mich mit 178 wenn der sitz auf mich eingestellt ist ist durchaus passabel die füße passen wunderbar unter den vordersitz drunter isofix haben wir an den außenpositionen für den kindersitz sowie auf dem beifahrersitz dafür gibt es auf alle fälle schon mal den daumen nach oben den weiteren daumen führt nach oben gibt es für die usb anschlüsse die wir hier auf der rücksitzbank haben davon haben wir nämlich zwei stück und zwar usb a also hierfür daumen nach oben dann haben wir hier sitztaschen wo ein sonne die vier vier mappe ganz gute reinpasst und das weiteren ist so der sitzkomfort ja ich würde mal sagen mittelstreckentauglich in jedem fall wichtiger ist natürlich dass wir da vorne bequem sitzen und da schauen wir jetzt hin ich habe mich nach vorne gesetzt hinter das kleine lederlenkrad hier im peugeot 208 ich sitze auf super schönen sportsitzen die gefallen mir optisch gut die haben tollen seitenhalt einzigen schenkelauflage würde ich mir wünschen die ausziehbar ist auch im rückenbereich gut kontrolliert der beifahrersitz bietet wie schon erwähnt isofix verankerungen auch dafür daumen nach oben das lenkrad ist in der höhe und in der tiefe verstellbar so dass jeder seine optimale sitzposition finden sollte kopffreiheit gibt es genügend und damit schauen wir uns den innenraum jetzt an willkommen im innenraum von peugeot 208 wir sitzen sehr sehr schön hier eingebettet in das neue cockpit und zwar ganz besonderes highlight hier das cockpit 3d wie es peugeot nennt peugeot geht ja einen komplett eigenständigen weg mit der innenraum gestaltung mit diesen cockpits besonderheit ist wie ein extrem kleines lenkrad oben und unten abgeflacht da der blick über den lenkranz auf das kombi instrument schweifen soll das kombi instrument ist dadurch erhöht angeordnet kleiner nachteil hier passt das cockpit einfach mir persönlich nicht da der link kranz der obere bereich den unteren bereich des displays leider verdeckt in der optimalen sitzposition wie ich zum fahren nun mal hier in dem fahrzeug sitze sehr schön die darstellung das ist dreidimensional wir haben tatsächlich es sieht so ein bisschen aus wie eine ein normales wie ein normales display und davor hat man dann noch mal seine kleine plexiglasscheibe gefühlt geklebt und auf die wird ebenfalls projiziert dass wir so ein 3d effekt bekommen mir gefällt es ganz gut es ist sehr schön ablesbar klar für den ersten moment ist es vielleicht gewöhnungsbedürftig dass man eben solche armaturen wie den drehzahlmesser das zeige ich euch jetzt hier so ein bisschen darstellt das heißt wir sehen hier wie sich dieses wie sich die grafik ein wenig verändert auch wenn wir den bordcomputer bedienen wird er hier auch noch eingeblendet ja das ist schon eher so ein bisschen als spielerei zu betrachten als wirklich ergonomisch perfekt dennoch die verarbeitung stimmt hier drinnen alle materialien fühlen sich wertig an wir haben hier so eine carbon optik eingelegt die das ganze noch mal sportlicher macht oder aber die kontrast ziernähte die hier drauf sind sowie die ambiente beleuchtung die in mehreren farben einstellbar ist in der mitte haben wir dann das nächste highlight zur top linie des entertainment systems gehört dieser 10 zoll display das display ist zum fahrer hin orientiert was mir sehr gut gefällt ist auch mit der touch bedienung wir haben hier an der seite das können wir hier was hier einschalten die klimabedienung ansonsten wird das klimabedienteil von hier unten gesteuert wir haben hier klavier tasten mit den direktwahl tasten zum beispiel zum deaktivieren der klimaanlage zum aktivieren der klimaanlage oder aber hier den warnblingschalter der gut angeordnet ist und auch gut ersichtlich ist darüber liegen dann noch mal touch flächen die in meinen augen etwas schwierig in ihrer bedienung sind vor allem während der fahrt ganz schlimm die sitzheizung denn man sieht es eigentlich kaum den taster und dann zu wissen in welcher stufe man sich bewegt ist ein bisschen schwierig darunter ein sehr cleveres fachlein neben den zwei usb anschlüssen usb a und usb c also auch ein positives sowie ein 12 volt anschluss hier unten hier hinter versteckt sich dann nämlich die induktiv ladeschale für das smartphone da drinnen rutscht das smartphone auch nicht wirklich weg und es verschwindet auch sehr sehr schön hinter einer klappe darunter haben wir dann noch ein kleines ablagefach da könnte so ein gummie einlage eigentlich rein dann rutscht nichts durch die gegend wäre noch so ein kleiner verbesserungsvorschlag liebe peugeot leute dann haben wir hier den automatik stick vom achtgang getriebe dahinter befinden sich zwei cup holder der drive mode schalter die elektronische parkbremse und die arm lehnauflage lässt sich hier lediglich in der länge verstellen in der höhe aber nicht darunter befindet sich noch ein großes ablage fach für kleinkram zeugs oder auch durchaus für etwas mehr kam für damen ja und nachdem ich hier jetzt schon so abfahrbereit sitze würde ich jetzt einfach mal sagen motor an und los geht's dynamisch tritt ja der peugeot 208 jetzt deutlich in erscheinung wenn man ihnen so sieht was hält er denn jetzt davon von dem dynamischen versprechen was er von außen hält unter der haupt bei uns der spitzenmotor der 1,2 liter dreizylinder mit 130 ps und 230 newtonmeter maximalen drehmoment damit geht es in gut acht sekunden auf tempo 100 das ist auch alles völlig ausreichend der motor läuft angenehm ruhig hat so eine kernige grund note die durch den fahrmodi schalter im sportbereich noch weiter ausgeschmückt wird denn dann kommt der sound aktuator dazu der das ansauggeräusch noch mal verstärkt und dadurch das ganze noch mal kerniger klingen lässt der motor wirkt insgesamt sehr unaufgeregt erst im oberen drehzahlbereich so ab ungefähr 5000 umdrehungen merkt man dass man ihm einfach die luft ausgeht da würde man sich vielleicht noch ein bisschen mehr leistung wünschen dann gelegentlich aber hey ganz ehrlich 130 ps im kleinwagen das ist schon eine gute hausnummer eine gute figur macht der peugeot 208 natürlich auch auf der straße das fahrwerk ist insgesamt dynamischer ausgelegt wir haben eine straffe grund aus der abstimmung gepaart mit einer guten lenkung die ein ordentliches feedback bietet ist zwar etwas zu leichtgängig in meinen augen hat vielleicht so ein bisschen zu synthetischen touch aber hey für so ein auto perfekt natürlich ein toller wendekreis in der stadt der super klein ist da kommt man dann auch in jegliche parklücke rein mit dem kleinen zwerg hier die rückfahrkamera und die einparkhilfe tut da ein übriges dazu beim fahrwerk hat man auch einen restkomfort gewählt der gut ist das heißt also wellen werden sauer super weggedämmt auch kurze stöße schluckt das fahrwerk sehr passabel da muss ich zugeben dann die franzosen tolle gesamt abstimmung hingekriegt so dass man sich hier rundum wohl fühlt auch beim verbrauch kann man natürlich nicht meckern sechseinhalb liter hat der dreizylinder sich genehmigt das ist ein ordentlicher wert zumal ich den wagen sehr stark im kurzstreckenbetrieb eingesetzt habe das heißt innerorts viel gefahren bin und wenn ich natürlich auf längere strecke gegangen bin war damals autobahn und dann auch im höheren geschwindigkeitsbereich so 140 160 ihn bewegt habe somit daumen nach oben ja wir sind am ende dieses videos angekommen zum peugeot 208 allure puretec 130 ea t8 langer name für ein kleines auto dennoch eines der coolsten am markt für meine begriffe der peugeot 208 gefällt mir richtig gut der 130 ps dreizylinder macht seine sache sehr gut macht auch ordentlich spaß fahrdynamisch ist er auch schön unterwegs lässt sich dynamisch durch die gegend bewegen ist kompakt in saabmessen wir befinden uns in der stadt perfekt zurecht mit ihm und fühlen uns auch pudelwohl dank genügend komfort 15.490 euro ist der einstiegspreis für den peugeot 208 dann bekommt ihr einen dreizylinder sauger mit 75 ps ansonsten gibt es noch wahlweise einen 1,2 liter turbo mit 100 ps oder eben den hier gefahren 1,2 liter turbo mit 130 ps des weiteren gibt es nur 100 ps diesel oder aber eine reinelektrische variante was euch da dann natürlich selbst am besten taugt oder zu eurem profil am besten passt das müsst ihr selber herausfinden 27.890 euro kostet der testwagen so wie er hier steht das ist eine stange geld für so einen kleinwagen geht aber mal zum peugeot händler das solchen angebot machen ich bin mir sicher da kommen wir dann bei rund 22 23.000 euro raus so wie er hier steht da bin ich mir fast sicher das war's von meiner seite wenn euch das ganze gefallen hat bitte vergesst nicht den kanal zu abonnieren das video zu liken aber viel wichtiger ist schreibt mir mal unten in die kommentare was ihr zum peugeot 208 sagt wie er euch gefällt und ob es eventuell auch für euch ein fahrzeug zum kauf wäre ich sag tschüss und servus euer ubi